Am frühen Abend zog von Stolberg aus eine Gewitterzelle über Düren, Jülich, Erkelenz weiter Richtung Mönchengladbach. Von Gustav aus hatte ich einen perfekten Blick auf das vorbeiziehende Unwetter. Staub vom Tagebau wurde aufgewirbelt und Blitze zuckten über den Himmel. Beeindruckend waren die vielen imposanten Erdblitze. Ich habe die schönsten Blitze einmal zusammengestellt. Erst in Originalgeschwindigkeit, danach in Zeitlupe. Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Ende des Videos noch ein paar schöne Standbilder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020